Open the gates! Experte! Nope. Ein bisschen weiter nach da. Perfekt! Umschlossener hat sich auf Holden dort verbessert. Ja, sehr schön. Falmerhelm. Warum auch immer ich jetzt den Falmerhelm mitgenommen habe. Für deine Sammlung! Naja, erstmal die anderen Rüstungsteile. Obwohl, eigentlich könnte ich ja... Schloss knacken. Ja, ich möchte es auf 15 zurücksetzen. Ja. Ja, ja, ja. Da können wir so immer noch weiter leveln. Falmerstiefel. Panzerhand... Ach, wenn... Na, jetzt so eine komplette Falmerrüstung... Da muss ich einfach zugreifen. Es tut mir leid. 30. Hm. 30. Was habe ich? Ich habe nur 10. Den nehme ich doch direkt mal. Ja, sehr schön. Äh, ja. Äh, ja. Ach, Feinmerhelm. Panzerhandschuhe. Rüstung. Stiefel. Jetzt habe ich doch hier eine Rüstungssammlung. Von den Dinger. Egal. Das Spiel wollte es. Es tut mir leid. So, zur Strafe. Na komm. Zur Strafe werfe ich dich da einfach jetzt runter. Du bist doch schon tot, aber... Damit es schneller geht, springe ich einfach hinterher. Fast. Habe ich dich da aufgespießt? Ja, super. Er ist was tot gewesen, aber... Na komm, kann ich das hier eigentlich auch für Sammlungszwecke mitnehmen? Äh, Jordes? Was? Da kommt sie. Jordes? Ich habe Sammelobjekte, die du tragen musst. Gibt es eigentlich auch... Ein Schild habe ich nicht, ne? Ein Schild muss auch mitgenommen werden. Ich bin direkt hinter euch. Sammelobjekte. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Meine Sammelobjekte eher. Die Pfeile behalte ich, damit du sie nicht verschießt. Ja, soviel zu deinen Sammelobjekten. Soviel dazu. Was machen meine Handschuhe eigentlich? Bögen. Dann... Ach ne, ich habe ja die anderen abgelegt, oder? Ja, habe ich. Dann mal los. Dann mal los. Hey, die bin Ficken ist unterwegs. Jetzt wirklich. Hallöchen. Ich werde jetzt in Third Person kämpfen. Weil ich es kann. Nicht. Weil es schick aussieht. Und ich sterbe zur Hälfte. Dann wäre ich mal ins Übertage gegangen. Und ich den Hals sauber. Okay, Leute. Das passiert, wenn ihr in Third Person kämpft. Macht es nicht. Nein. Macht es wirklich nicht. Ich bin direkt hinter euch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Mhm. Dann trag du mal. Jetzt muss ich dich wieder aufspießen. Es tut mir leid, aber... Ne? Täglich grüßt das Murmeltier. Oder ist runter mit dir? Dann muss ich ja runterspringen. Aber diesmal habe ich keine Schalen genommen. Oh weh. Aber er ist immer noch aufgespießt. Gut, 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 gut. Nichts hat sich geändert. Alles ist gleich geblieben. Und das müssen wir auch wieder einsammeln. Alles einsammeln. Und mein Dings anziehen. Aber diesmal bleiben wir so. Und das tun wir auch. Und anders. Und was auch immer. Und was soll's. Und, 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 und. Wie oft habe ich jetzt und gesagt? Heil mal Schatten, Meister. Oh, Meister. I don't wanna. Go away, please. Er möchte nicht go away. Okay, dann halt's nicht. Dann tricke ich das. Und, ja, ich will Rüstungsgedütz. Ein bisschen nach Rüstung. Ein bisschen. Muss euch gemein sein. Ein bisschen hier vorn. Ein paar Büchern. Heil Tränkos. Oder Unsichtbarkeit. Ja. Nein. Gut, dass mein Wetter so voll geflutschelt ist. Für meinen Selbstgebrauchten habe ich ja auch nicht ziemlich viel. Ja, voll geflutschelt ist jetzt ein anerkanntes Wort. Es tut mir leid. Falls ihr es nicht gewusst habt. Es kann jedem mal passieren. Mir war es bis vor kurzem auch nicht existent. Das Wort. Elfenschwerf und Kragenglasstiefel. Check nimmt schon wieder alles mit. Aber, ja, Elfenschwerf müsste ich noch zu Hause haben, ne? Weil, je weniger ich jetzt mitnehme, desto weniger muss ich später craften. Um meine Sammlung zu kompleten. Ich habe gerne Sammlungen. Was ich nur schade finde, dass man in den eigenen Häusern so wenige dieser Puppen haben kann, die man anziehen kann. Da braucht man ja schon gemollete Häuser. Ja, Tic, dann besorgt ihr mal das Creation Kit. Und das existierende Wissen, wie man es benutzt. Holy moly. Centurio. Dynamokern. Ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass ich für irgendeine Quest auch so einen Dynamokern brauche. Ich weiß nicht, woher diese Erinnerung kommt. Ich nehme es jetzt einfach mal mit, was ich schon getan habe. Was? Nein, ich habe es noch nicht getan. Die ganze Folge hat einen riesigen Delay. Ihr Merzpfeile. Amt ist. Spächtig ist noch irgendwas. Und... Wieso sind hier eigentlich... Wieso sind hier eigentlich... Ähm... Tschüss! Jo, schick noch wieder das Spiel kaputt. Auf dem Fester! Was soll das? Was war denn jetzt schon wieder der Fehler? Torhaus. Gibt es da ganz viele Tore? Was? Ist das das gar nicht, was ich im Kopf hatte? Dann ist das irgendwo anders. Und da wird der released. Kommt direkt erst mal mit seiner Steam Cloud an. Ich dachte immer, die Steam Cloud wäre was Schönes, weil... Wenn ich mir so Skyman gucke, eher nicht... Jutnacht. Mäm, mäm, mäm. Was hast du denn so Schönes mit dabei? Nicht viel. Ja, damit du es auch... Ja, nicht über siehst, Chicken. Düster Klinge. Direkt zum Joll zurück. Ja, irgendwann. Werden wir es schon machen. Wie er sein Bein hoch in die Luft streckt, als würde er aerobisch machen. Ja, er liegt so auf dem Boden schräg und macht jetzt so aerobisch. Ich muss auch hier, ne, Bein hoch und drunter machen. Das ist ein Mechanismus. Ah, ja. Also hier komme ich... Schalter, Hebel, Schalter, Hebel suchen, Schalter, Hebel suchen, Hebel, Schalter suchen, Suchsensoren werden aktiviert. Aktiviert, 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 aktiviert. Ach, wenn da so ein Barren liegt, dann muss ich den eigentlich... Ich hätte den nicht mitnehmen dürfen, ne? Schalter, 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 Hebel, Dings, Geduld, nein? Kein Hebel? Kein Hebel? Kein Hebel? Oh, Chick ist wieder zu schwer belastet. Die Truhe steht so weit weg! Also, Garry wäre da sicherlich rangekommen mit seinen telekinetischen Kräften. Der kann ja auch... Oh, das springt doch nicht von oben! Gut, dass Johannes von oben runtergesprungen ist. Na gut, ich verzeihe dir. Ich verzeihe dir. Alter, lass es! Ich kann es nicht ab, wenn was von oben runterkommt. Besonders, wenn es groß ist und acht Beine hat. Ach, Tüni. Nicht angelaufen kommen. Das ist hier mit in Aufnahme. Gehe wieder, setz dich vor deinen Lüfter. Dass eigentlich mein Lüfter ist. Aber setz dich vor den Lüfter. Nein, sie möchte nicht. Sie möchte herumlaufen und herumwatscheln. Jetzt sitzt sie vor dem... Sie kann sich einfach nicht entscheiden, wo sie sitzen möchte. Jetzt jedenfalls gerade nicht. Yay, wir sind wieder draußen. Yay. Und das Schönste ist, es geht direkt in den nächsten Dungeon rein. Mit einem vollen Inventar. Ich habe ja zur Not noch ein paar Stärketränke und ich kann ja auch immer noch mal einen Stärke-Festigungs... Da ist ein Gewicht-Tragens-Ring, da heißt ja nicht mal Stärke. Aber vielleicht haben wir Glück und der Lüfter ist gar nicht so lang. Sodass ich in 15 Minuten ja draußen bin, 16. Oder jedenfalls am Ende der Aufnahmesession. Jetzt bezweifle ich aber gerade irgendwie. Keine Ahnung. Ich darf... Auf... Wer in Dargons Namen seid ihr? Sprecht! Oder ich töte euch auf der Stelle. Dargon, wie rund ist Dargon? Was ist überhaupt los? Moment mal! Einspruch! Ich war ein Mitglied der Bande hier in den Ruinen. Einer meiner Kumpane ist durchgedreht und hat das Schwert vom Boss gestohlen. Mir haben sie die Schuld dafür gegeben. Ich bin hier fertig. Meinetwegen könnt ihr den Boden mit diesen Idioten aufwischen. Aber kommt mir bloß nicht in die Quere. Okay. Wenn du beizst... Wo kommt das Schild her? Von hier, Chicken! Von hier!